Jungs, es ist bestätigt. Trump sagt, Bitcoin ist Geld. Ladet auf. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo auch immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Ich bin da Vinci Jeremy. Ich bin in Tennessee, Nashville mit Mr. M. Hey Leute, freue mich hier zu sein. Immer ein Vergnügen. Super, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich weiß nicht, wie spät es ist, welcher Tag es ist. Hab komplett den Überblick verloren. Aber wir gehen zurück nach New York. Richtig? Genau. Wir gehen zurück nach New York. Wir bleiben dort für einen Tag. Wir wollten direkt von Nashville nach New York fliegen, dann nach Dubai, aber Delta hat uns im Stich gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ja, Delta hat uns im Stich gelassen. Und wir, das sind wir stunden auf dem Rollfeld, aber wir haben Wasser bekommen. Ja, danke. In der ersten Klasse. Und ich erinnere mich, als du gesagt hast, hey, erste Klasse, ich dachte, du wirst Glück haben, wenn wir Wasser in den USA bekommen. Wovon redest du? Erste Klasse. Jedenfalls. Wasser war da. Ja, es war da. Wir hatten Glück. Kann mich nicht beschweren. Did get lucky. Can't complain, man. Also die Idee ist, zurückzugehen, aber wir wissen nicht, ob wir es schaffen. Genau, ja, das ist das Schlüsselwort. Aber ja, ich denke, wir werden es schaffen. Alles klar. Nun, wie auch immer, wir werden über das sprechen, was auf der Konferenz passiert ist. Richtig? Die Trump-Rede analysieren und auch ein wenig TA machen, weil ihr wisst, dass dies der letzte Aufruf für Alkohol ist. Diejenigen, die wirklich Bitcoin, Ethereum, Solana kaufen wollen. Dies ist die Mondzeit. Es ist jetzt. Es beginnt. Es hat begonnen. Und wenn ihr das kaufen wollt, dann geht zu buybit.davinci.com. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und wenn ihr Amerikaner seid, müsst ihr etwas mehr tun. Nun, ihr müsst euch eine ID von einem anderen Land besorgen. Weil Amerikaner auf den meisten Börsen nicht gern gesehen sind. Aber wenn es einen Willen gibt, gibt es einen Weg. Genau. Also, wenn ihr interessiert seid und den Rest der Börsen und Banken auf der ganzen Welt nutzen wollt, könnt ihr euch eine solche ID besorgen, die euch Zugang verschafft. Genau. Ja, das ist wichtig. Nun, bevor wir zu den Charts kommen und so, wollen wir uns die Waffless Charts ansehen. Waffeln. Richtig. Es gab einen kleinen Dip. Aber das ist in Ordnung. Nichts geht nur nach oben. Genau. Haben wir das nicht vor der Live-Show besprochen? Das ist die Zeit zum Kaufen. Keine finanzielle Beratung. Aber man kauft nicht im Grünen. Man verkauft im Grünen. Also, anstatt sich Sorgen zu machen, würde ich keine finanzielle Beratung den Truck laden. Genau. Und dann haben die Leute Nachrichten gesendet. Verrückt wegen des Abwärtstrends. Ich dachte, Jesus, Leute, es ging nicht um 90% runter? Was ist los mit den Leuten? Ich weiß es nicht. Wir haben die Leute tatsächlich gebeten, zu verkaufen. Genau. Es ist die letzte Woche. Also, danke. Nun, danke. Genau. Weil ich habe hier unten etwas bekommen. Richtig? Es ist in Ordnung. Genau. Da ihr Angst habt, geht. Lasst den Rest von uns profitieren. Okay. Genau. Wenn ihr etwas kaufen wollt und es ist wie Black Friday oder so, was macht ihr? Ich weiß. Ihr geht einfach hin und kauft es. Richtig? Genau. Euer Asset, an das ihr glaubt, ist im Angebot. Ich weiß. Nun, vielen Dank, dass wir verkauft wurden. Genau. Wir schätzen eure Unterstützung. Ja. Dasselbe gilt für PayPay. Richtig? PayPay. Wir werden auf PayPay bezahlt. Richtig? Es hat den Boden gefunden. Es wird ihn wahrscheinlich ein paar Mal testen, aber es wird abheben. Also stellt sicher, dass ihr aufladet. Okay. Also am Wochenende ist viel passiert, oder? Wir werden einige der Nachrichten durchgehen. Okay? Nicht alles hier, aber die Links sind unten in der Beschreibung. Okay. Hey, lasst uns damit anfangen. Peter Schiff unterstützt versehentlich Bitcoin. Interessant. Ja. Für diejenigen, die es nicht wissen, Peter Schiff ist der größte Bitcoin-Hasser. Und du hast ihn auf meinem Kanal debattiert. Also stellt sicher, dass ihr es euch anschaut. Ja, schaut euch das an. Schaut euch die Debatte an. Mr. M's Podcast hier. Es ist leicht zu finden. Bitcoins Erzfeind Peter Schiff hat die führende Kryptowährung versehentlich in einem kürzlichen Beitrag auf der X-Plattform unterstützt. Wirklich? Schiff wies auf die Ergebnisse seiner jüngsten Umfrage hin. Die zeigten, dass 87% der Bitcoin-Besitzer nicht verkaufen würden, selbst wenn der Preis um bis zu 99% fallen würde. Übrigens, Peter ist eine Legende, richtig? Ein Gentleman und eine Legende. Definitiv, definitiv. Aber die meisten seiner Anhänger sind Bitcoiners. Das erklärt es. Ich habe versucht, es höflich zu sagen, hey, Peter ist eine Legende. Er ist ein guter Kerl. Ich liebe Peter. Die Debatte war großartig. Er war ein Gentleman. Aber die meisten seiner Anhänger sind Bitcoiners. Sie wollen daraus ein Meme machen. Das ist es. Genau. Tatsächlich würden diese Besitzer immer mehr Bitcoin auf dem Weg nach unten kaufen. Ja, würde ich. Dann sagt er weiter. Denkt daran, bevor ihr kauft. Das fügte der Finanzkommentator in dem Beitrag in den sozialen Medien hinzu. Lass mich darüber nachdenken. Also wir haben engagierte Käufer, wenn der Preis fällt. Ich frage mich, ob das ein gutes Asset ist, um es zu kaufen. Was denkt ihr? Hinterlasst einen Kommentar, wenn ihr denkt, dass ihr eine große Anzahl engagierter Käufer habt. Wenn der Preis fällt. Ist das etwas Gutes, um es im Portfolio zu haben? Ich muss darüber nachdenken, weil es ziemlich tief ist. Das ist wirklich, wirklich schwer. Wow. Oh, verdammt. Die Bitcoin-Stimmung nach Trumps Rede ist die optimistischste seit 2023. Ich habe Trumps Rede nicht gesehen, also überlasse ich es dir. Erzähl mir, wie optimistisch war diese Rede. Also hier ist die Sache. Zuerst einmal war sie verzögert, weil sie jemanden aus dem Raum werfen wollten. Und es gab einen Dump, wenn ihr euch erinnert. Weil jeder dachte, ah, er wird nicht sprechen. Also reagierte der Markt schnell. Dann gab es das Gerücht, dass Elon aus Paris einfliegen würde. Also stieg der Preis. Und ich schaute auf die Charts und sah, was passierte. Ich dachte, verdammt, das ist wie im echten Leben. In Echtzeit. So Trump, wie man nur sein kann. Ich denke, er hat die Rede klar vorbereitet. Es war verrückt in dem Raum. Alles, was er sagte, wurde mit Jubel beantwortet. Ihr wisst schon, Kampf, Kampf und Bitcoin. Er sagte ein paar Zeilen. Das Ganze war gesperrt. Wir konnten nicht rein oder raus. Ich denke, wir hatten etwa 10.000 Leute in diesem Raum. Überall Kameras. Es war eine gute Energie dort. Jeder wartete klar darauf, dass er etwas unglaublich Bullisches sagen würde. Ob er tatsächlich sagte, verkauft euren Bitcoin nicht. Wir wollen halten, was wir haben. Die USA sind eine Reservewährung. Aber ich erwartete etwas, ich will nicht sagen mehr, aber vielleicht weniger, Zitat, weniger vorbereitet. Eine Reservewährung. Er sagte also im Grunde, dass alle Bitcoin, die die USA haben, nicht verkauft werden. Heiliger Strohsack. Das ist massiv. Und er sagte, dass andere Leute verkaufen würden. Ich denke, er sprach über Deutschland. Er sagte nicht Deutschland. Es war für mich zumindest klar. Und dann sagte er, dass die, die wir in den USA haben, bleiben werden und wir sie nicht verkaufen werden. Strategische Reserven wie Öl und Gold. Jetzt wurde Bitcoin zu den strategischen Reserven hinzugefügt. Und dann ging es seltsam weiter mit Bitcoin made in America. Ich dachte, Kumpel, das Ding ist dezentralisiert. Ihr wisst schon. Und dann erwähnte er, oh, wir können nicht zulassen, dass China Bitcoin meint. Ich dachte, naja, das wird passieren. Aber ich denke, was er meinte war, dass sie im Rennen nicht zurückbleiben wollen. Lasst uns zu einem anderen Thema übergehen, okay? Weil, wisst ihr, Bitcoin wird abheben. Es gibt viele Alphas da draußen und Solana wird die meisten Alphas für diejenigen produzieren, die nicht ganz DGN sind. Aber sie wollen sich ein wenig mehr in den DGN-Bereich wagen. Und ich denke, Solana wird euch dorthin bringen. Es ist wie eine Wette auf den DGN-Bereich, ohne tatsächlich, es ist gegen den DGN. Genau. Ohne vollständig DGN zu sein. Macht Sinn. Und denkt ihr, der Preis steigt, weil die Leute Gewinne in Solana nehmen, wenn sie, sagen wir, ein Meme kaufen und das Meme am nächsten Tag um 10 Krebs steigt, es in Solana verkaufen. Naja, ob es wegen des Gewinns ist, eigentlich nicht deswegen. Es ist tatsächlich, weil die meisten Memes in Solana bewertet sind. Also wenn ein neues Meme kommt, wird es in Solana bewertet und wenn es in eine dezentrale Börse kommt, müssen sie das Solana dort haben. Und so ist es für die Liquidität. Und während die Leute kaufen, fügen sie mehr Solana hinzu und sie kaufen mehr Solana und fügen mehr Solana in die dezentrale Börse und sperren es. Und wisst ihr, es gibt weniger Solana da draußen. Daher steigt der Preis weiter. Macht Sinn. Und da es viele Transaktionen gibt, bedeutet das auch, dass viele Leute daran interessiert sind, Solana für ihre Meme-Coins zu kaufen und zu verkaufen. Also ja, es gibt viel Bewegung. Und weil der Preis steigt, weil die meisten Leute einfach DJs sind, denken sie nur, oh mein Gott, ich werde mein Solana halten. Weil es steigen wird. Da hast du es. Und es gibt wahrscheinlich eine Komponente von Leuten, ich denke, vielleicht eine kleinere, aber Leute, die ihre Memes in Solana verkaufen, um das Benzin ins Feuer zu werfen. Und dann halten sie es so lange, wie sie es halten. Das ist das Wichtige. Und dann wird es einfacher, es zu halten, wenn die Preise steigen, weil die DJs nicht interessiert sind, wenn es fällt. Sie rennen. Ja. Erinnert ihr euch, dass ich über die Ausfälle bei Solana getwittert habe? Erinnert ihr euch an meinen Tweet und all die Antworten, die ich bekommen habe? Ja, die DJs interessieren sich nicht. Sie sind einfach dabei für eine Fahrt. Genau. Also weiter. Was das Ether ETF für die Crypto Adoption bedeutet. Nun, natürlich, das ist ein Meinung. Richtig? Langsam und dann alles auf einmal scheint eine passende Beschreibung zu sein, wie schnell Crypto ETFs auf den US-Markt gekommen sind. Ja, das stimmt. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt kommt alles. Es ist da. Ja, es wird eine schnelle Bewegung von ETFs aus dem Crypto Bereich geben. Richtig? Meistens, sie werden sagen, es ist für andere Unternehmen, für Leute, um im Bereich zu spekulieren. Es dient auch als eine Art Auffangbecken für Leute, die einfach zu dumm sind, ihre eigenen Krypto zu halten. Und alles, was ihr digital durch das Bankensystem haltet, gehört euch nicht. Ja, es ist nicht in euren Händen. Richtig? Nur damit ihr wisst, ich sage euch das, das ist das Gesetz. Richtig? Wenn ihr jemandem euren Rasenmäher gebt, um ihn zu halten und er ihn verkauft, kaputt macht, was auch immer, sind sie nicht verpflichtet, euch denselben Rasenmäher zurückzugeben, nur den Geldwert. Genau. Sie sind nur verpflichtet, euch den Geldwert zurückzugeben. Dasselbe gilt für eure digitalen Assets. Egal, was es ist, ob es eine Aktie ist, Bitcoin, Ethereum, was auch immer. Und das bedeutet, dass, wenn das Asset für euch wertvoller wird, das zugrunde liegende Asset werdet ihr es nie bekommen. Naja, ich kann Dollar bekommen, um es zu kaufen. Es wird eine Zeit geben, in der ihr nur Dollar haben könnt, aber das Asset nicht kaufen könnt. Und wenn ihr das nicht glaubt, im Jahr 2008 sind Gold und Silber im Preis zusammengebrochen. Absolut zusammengebrochen. Aber ihr konntet es nicht zu dem Preis kaufen, zu dem es gepostet war. Natürlich. Ihr konntet es nur für zwei- oder dreimal höher kaufen. Ja. Und stellt euch jetzt vor, wir haben dieses Asset, aka Bitcoin, das in einen Lauf seines Lebens geht. Wenn ihr dann also nicht eure eigenen Schlüssel habt, nicht eure Schlüssel, nicht euer Käse, wie wir hier sagen, und jemand anderes hat es, können sie im Moment der Schwierigkeiten sagen, oh, tut mir leid, ich habe das Asset, aber keine Sorge. Ich drucke etwas Geld und gebe euch den Wert. Genau. Also behalten sie die guten Sachen und geben euch die schlechten Sachen. Genau. Also behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr einen ETF kauft. Wenn ihr es für einen temporären Gebrauch verwendet, wie zum Beispiel, ihr wollt einfach hier im Bereich anfangen, beginnt mit einem ETF oder wisst ihr Coinbase oder so oder jede Art von Börse als Sprungbrett und dann wisst ihr, bewegt euch langsam raus und in die echten Sachen rein. Richtig. Aber haltet nicht an diesen Dingen fest. Nun, weil es ist nun mal so, okay, vielen Dank, ich habe diesen ETF, wo ihr die Bitcoins für mich bezahlt und diese sind nicht. Genau. Vielen Dank. Würdet ihr einen ETF als besser betrachten, als das Geld auf der Börse zu lassen? Denn ich denke das. Ich denke ein ETF wäre besser als, ich meine abhängig von der Börse, aber ich meine die meisten der ETFs sind auf Coinbase. Richtig? Genau. Es wäre so, weil sie versichert sind und sie garantieren, dass ihr euren Dollarwert auf einer Börse bekommt. Genau. Aber ihr müsst den Prospekt lesen. Richtig? Tatsächlich. Lasst mich das zurücknehmen. Rollt das zurück. Weil im Prospekt für das Gold ETF, wenn der Verwahrer das Gold nicht hat, ist es nicht BlackRock oder wer auch immer der ETF ist. Es geht zurück zu Coinbase. Es geht zurück zum Verwahrer. Es gibt eine weitere Schicht dazwischen. Also müsst ihr den Verwahrer verklagen. Und ich denke nicht, dass das für Coinbase und so weiter ein großes Problem ist, weil sie euch dann einfach in Dollar auszahlen. Ja. Lasst uns die TA machen und es für heute abschließen, weil wir wahrscheinlich ein bisschen länger gesprochen haben, als wir sollten. Aber ich habe niemanden in meinem Ohr, der mir sagt, wie lange ich schon breche. Donald Trump dump, richtig? Weil ich wusste, dass das in dem schönen Short passieren würde. Ja, du hast es mir gesagt. Und dann habe ich meinen Short umgekehrt. Es war wie sofort umkehren, richtig? Und ja, jetzt pumpen wir. Das ist es. Dies ist der letzte Aufruf, Leute. Wenn ihr nicht in Position seid, wird es beängstigend. Ihr denkt, na ja, es ging gerade nach oben und es gibt eine kleine Korrektur. Also muss es zurückkommen, richtig? Und ihr schaut auf das Wöchentliche. Ihr denkt, oh ja, es muss diese Lücke füllen, richtig, auch noch dazu, oder? Es hat diese Lücke auf der Flugzeuglücke hier. Es muss zurückkommen und die Flugzeuglücke füllen. Ihr denkt, ja, ja, ich werde warten. Nein, nein, nein. Dies ist der Markt, wisst ihr, der darauf ausgelegt ist, das meiste Geld von den meisten Leuten die meiste Zeit zu nehmen. Genau. Ihr wollt nicht wie das Meme-Skelett sein, das auf den 1.000 Dollar Bitcoin gewartet hat, oder? Genau. DCA in dieses Ding. Jetzt das Beste, was möglicherweise passieren könnte. Ihr könnt sagen, na ja, wisst ihr was? Ich glaube das nicht. Gut, ihr könnt warten. Aber ich würde nach einem Kopf- und Schultermuster hier suchen, einem inversen Kopf- und Schultermuster hier, wie das hier. Und dann ist das alles, wir sind im Rennen, richtig? Und wenn das passiert, könnt ihr wahrscheinlich hier unten kaufen, vielleicht bei der 61, vielleicht, richtig? Das könnte teilweise die Lücke füllen. Aber ich würde nicht darauf wetten. Ich würde jetzt Bitcoin kaufen. Wenn ihr gewartet habt, wenn ihr euren Bitcoin noch nicht habt, würde ich es jetzt kaufen. Richtig? 68, 51, sorry, 61, 68, 70. Wir gehen höher. Also, wen interessiert es? Ich stimme zu. Wenn man sich Ethereum ansieht, sieht Ethereum bereit aus zu starten, oder? Es hat den vorherigen Widerstand durchbrochen, der jetzt zur Unterstützung wird. Es war eine Unterstützung. Und ich meine, es war ein Widerstand hier. Es war eine Unterstützung, die gescheitert ist. Und jetzt ist es ein Widerstand, den wir durchbrochen haben. Und hoffentlich, ich sehe es im täglichen, ja, täglich N der 4-Stunden-Chart. Ich meine, man kann sehen, dass wir versuchen, diese Linie zu testen. Ich habe diese Linie schon eine Weile, wenn ihr meine Videos verfolgt habt. Also, ja, es ist klar, dass das eine wichtige Unterstützungs- und Widerstandslinie ist. Und wir erwarten, dass Ethereum in den nächsten Tagen in den 4.000-Dollar-Bereich steigt. Also, ja, Ethereum ist bereit zu starten. Wisst ihr was? Ich habe etwas hier unten gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ja, ich weiß. Ich habe diesen Kerl bezahlt. Er hat mir geholfen, einen Flug zu chartern. Und ich habe ihn in Ethereum bezahlt. Ich dachte, oh Mann, du hast mir gesagt, dass du den absoluten Tiefpunkt erwischt hast. Genau, weil ich ein Video gemacht habe, dass das sagt, ja, er ist glücklich. Er ist sehr glücklich. Glücklicher Camper. Glücklicher Camper. Ja, also sei ein glücklicher Camper. Richtig? Richtig. Man will kaufen, niedrig kaufen, oder? Hochverkaufen. Richtig? Nicht wie wir das besprochen haben. Richtig? Mit dem ORC-Coin, mit dem Waffles-Coin, niedrig kaufen, hochverkaufen. Ganz einfach. Es ist nicht kompliziert. Kommt nicht zu mir weinend, wenn die Preise euch einen Rabatt geben. Genau. Und lest den Raum. Wisst ihr? Lest den Raum. Wenn es einen 90-prozentigen Rückgang gibt, dann können wir vielleicht überdenken, was wir sagen. Aber schaut auf die Charts und lest den Raum. Jetzt ist die Zeit, diesen saftigen Dip zu schnappen. Die Dinge sind im Angebot. Das sage ich, ja, genau. Nun, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Cheers. Cheers. Cheers.